Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe, hier ist wieder euer Zock Andy, wir spielen heute wieder The Walking Dead Mission und wir sind in der Episode 3 inzwischen. So, hauen wir uns gleich rein, was wir verdienen, ja was der beim letzten Mal verdient hat, das hat er ja gemerkt, hauen wir uns rein, Episode 3 von The Walking Dead Mission. Randall should be the one laying there, not your brother. I'm not leaving you behind. You start butchering their people, and our chances of making it out of here, any of us, go down to zero. They had some supplies just sitting out, and Norma caught me. I didn't think she was going to, but she let me go. Michonne, what is it? Can't you die? Das war's für heute. Zwei Wochen früher, ah ja, da sind die noch immer auf dem Boot. Aber auf dem Boot war es irgendwie wie Chilica. Ja komm trinken, Kaffee ist immer gut. Pfff. Goddamn, Oak. You can't call it coffee with more than half's whiskey. You sound like my ex-wife. She was more of a rum-go. Hey, City! Did you hear the one about the kittens who took over the boat? What? Oh no! Furt, no! He was a mutiny! Furt, just stop it now, okay? I'm warning you! Haha, damn man. I despised a lot of them when I first got on board. But they grow on you. Like, Mole they are. Nah, sorry, that's shit, isn't it? Hmm, sie wachsen mir auch ans Herz. Kind of nice that people can still joke around. It's a fine line between the court jester and the village idiot. You can guess which side I think he's on. Before I joined up with Pete, my brother and I were cooped up in an old canning factory. Food for ages. Lot of fat and happy people. But then, a young girl got taken. We followed her trail. It wasn't hard with all the blood. Ended up cornering the people who took her in this warehouse. Not all ten of us went in. Only I came out. Hmmmmmm. Oh, ich gebe ihm mal recht. Und er hat meinen Bruder getötet. Das richtige Ding kann küsse meinen Arsch. Ein paar Wochen später kam ich auf Pete. Er ist auf der Kost. Er sah den Blick auf meinem Gesicht und hat mir einen Job gefordert. Ich fragte keine Fragen. Ich habe mich nicht weggebracht. Er hat mich einfach in. Pete ist ein guter Gott, Megan, in einem roten Welt. Ich nehme das erste. Ich bekomme nicht immer Pete. Aber ich bin glücklich, dass Leute wie ihm noch existieren. Ich trinke zu dem. Ich denke, Berto's kleine Routine ist aufgelistet, damit wir endlich Karten spielen können. Willst du uns sein? Es wäre schön, dich da zu haben. Besonders, niemand von uns kann die Regeln erinnern. Ja. Gehen wir ein bisschen spielen. Kann ja nicht schaden. Das ist eine Herausforderung. Du könntest es vergleichen, wenn ich diese Machete gewinne. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn sehen. Ich muss diesen Mannen sehen. Ach, keine Bramma. ! Noth! Er ist! Er ist! Es ist! Er steht! Und Viere! Der Mannen! Er steht! Hm, der hat was gekriegt. Oh Gott, er ist tot. Ich sollte dich stoppen. Warum könntest du das tun? Der hat es gebraucht. Der Mann war geschlossen. Defenslos. Er hat was er verdient. Ich wusste, dass ich dich nicht alleine mit ihm verlassen hätte. Ich wollte das. Ich habe das gemacht. Aber jetzt sehen wir ihn? Ich wünschte, dass ich das wäre. Sam. Es war mein Vater. Meine Familie. Ich sollte mich selbst töten. Ich habe es nicht für dich gemacht. Ich wollte ihn töten. Well, so lange du hast, was du wolltest, oder? Sam. Sam, calm down. Mein Vater ist noch nicht auf der verdammten Boden. Und du willst mich zu calm down? Ich... Ich wollte nicht sagen, dass er alles verloren hat. Er hat... Ich weiß, ich weiß. Du wirst nicht wissen. Warte. Hast du das gehört? Antwort auf mich. Jetzt. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, dass du einfach krass. Ich weiß, dass du dich nicht erwartet hast. Mache ich mir warte. Warte. Ich weiß, was du in die Fliege kannst. Du warte. Hast du dich nicht. Du warte. Du warte. Ich weißt. Ich hab dich in die Fliege gegründet. Du warte. Ja, Anverto. Schau, was dieser B***h fragt, nicht! Sadiq! Nichts Wurzeln, sie sind alle in guten Handen hier. Aber sie, die zu bleiben, ist auf dich. Also hörst du kurz. Ich bin bereit, meinen Bruder zu deinen Freunde zu verbringen. Könnte man machen. Man muss ja nicht erwähnen, dass er eine Leiche ist. Entschuldigt ihr? Na gut, alles muss man jetzt nicht anfassen, davon abgesehen. Jetzt fängt er noch an zu rumzuzompen. Der Walking Dead, Episode 3 von Mishon. Haben wir wieder das Intro? Mishon. Und nochmal der Hinweis an euch. Es ist ein bisschen stumm, weil ich die Musik ausgeschaltet habe, weil der rechte Kindergarten auf YouTube extrem ist. Und bei Musik, auch in Spielen, hat man immer Probleme. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Darum habe ich die Musik abgestellt, Leute. Also es ist ein bisschen stumm, aber ansonsten funktioniert der Sound natürlich einwandfrei. Okay. Ich weiß nicht, was wir tun haben. Immerhin kann er gehen, der ist gut. Die Tasche hilft ein wenig. Norma wird uns nicht alleine verlassen. Sie werden nicht nur weil wir ihr Bruder zurückgeben haben. Auch wenn er alive ist, wir haben immer noch alles verletzt. Also gehen wir. Nachdem Sie für Ihre Freunde verletzten, wir holen uns zur Backgabe und rauskommen. Wo würden wir hingehen? Sam, wo gehst du? Hm, nicht sehr gesprächlich, unsere Sam. Sam, warte. Stop. Maybe you're all ready to walk away, but I'm not just gonna leave him like this. We couldn't give my mom a real funeral. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. That's all I can give him. We grab him later. Right now we need to focus on Norma. We have to be ready to leave. I'm not going. What? Sam, you can't still be thinking about me. My mom is here, Paige. Everything I have of her and Greg. If you want to leave, go ahead. But I'm not coming with you. I'm sorry. But I, I can't go. This house meant everything to my dad. It's all I have left. I'm not just gonna abandon it. So what happens when Norma comes? We fight. With everything we have. No matter what happens. Thank you. I owe you my life. Sorry it took me so long to say it. Ah, schön. Help me a bit. I know it's stupid. But I have to finish this. I've got some weapons stashed in my room. Old duffel bag. Should look familiar. You should make sure everyone's armed before Norma gets here. Yeah. James, what's getting up? Oh, there it is. I just wanted to know what it felt like. I wasn't gonna shoot it. Just... And? How does it feel? It's, it's heavy. Empty. Can I help? I want to do something. Sure. Go ahead. Those slide in there. Ground side forward. How could they... just... die like that? Greg and Dad. I thought we were safe here. What am I supposed to do? Everyone gets scared. Bye. Let's say goodbye. Three, two. Now, oh, here. Let's go. How does he go? Jacob. How does he go? Who can do it? I love you. What are you, man? How do you like to be elected? How do you like that? I love you. How do you? I love you. How can you do it? I love you. I love you. How do you like that? My name is Fei. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.